Auf den Spuren vom Friedensreich 100 Wasser sind 21 Schülerinnen und Schüler des Kunstkurses von Maren Bekefeld-Meyer in den vergangenen zweieinhalb Monaten gewandelt. Die Ergebnisse der Zehnklässler der Realschule Bad Zwischenahn sind seit Mittwoch in der örtlichen OLB-Filiale zu sehen. Erstmals stellt die Bank Werke von Schülern aus. Die Bilder sind drei Wochen lang bis zum 30. April zu den Öffnungszeiten der Bank zu sehen. Bei allen Arbeiten gilt, sie sind nicht von österreichischen Künstlern abgemalt. Vielmehr haben die Schüler, inspiriert von dessen Werken, eigene Ideen umgesetzt.